Willkommen zurück bei unserer Erkundungshöhlen, keine Ahnung was, Tour. Penis. Genau, so war das, glaube ich. Ich bin einfach hochgeklettert und jetzt kann man gleich wieder runterklettern, okay. Interessant. Die Logik einfach. Ich erinnere mich voll an Far Cry diese ganzen Zeit. Ach ja, Far Cry, das war auch eine schöne Zeit. Ja, wo man das erste Mal Far Cry 3 gespielt hat, das war richtig geil. Das war so ein Hammerspiel, das war so, wow. Also es sind gar nicht so viele. Das hat so ausgeschaut, als hätte die Flügel, man. Das ist ganz gut. Wo ist das Vieh? Hey, wo kommt denn der her? Die Zähne einsammeln, mach mal. So, jetzt kommt der schon ein Stürbender. Alter, der kriegt ganz schön viel aus. Das macht ein Baby. Ich nehm die Leiche mal mit, falls da vorne mal... Ach, da hängt so einer... Äh, ja, dem fehlt ein bisschen die Eingeweide. Das macht nix. Das macht gar nix. Hast du Hunger? Alter, das sieht irgendwie voll eklig aus. Ja, manchmal schon, hä. Hä, ich hab mal... Achso, da muss da einmal springen. Schon wieder springen. Alter, sieht das geil aus. Hier ist so ein Tier. Oh, Alter, da geht's richtig viel von da. Hol ihn du hier noch? Ich weiß nicht, sollten wir ein Lager machen sollen. Ich hätte es speichern sollen, bevor wir hier... Nee, nee. Okay, das sieht hier richtig geil aus. Ist das der Wasserfall, wo du schon mal warst? Nee, glaub ich nicht. Das sieht ziemlich bekannt aus. Glaubst du nicht? Der sieht aber gleich genauso aus. Der sieht genauso groß aus. Der ist nur wieder so laut, dass ich hier nix verstehe. Der ist wieder so eine heiße Chick, mit der ich mal vielleicht für... Soll ich mal kurz weggehen? Oh scheiß, müssen wir das zu tauschen. Ich trau mich nicht. Nee, man kann da runter, da ist ein Seil. Watt, wie macht man gleich hier ne Bombe? Ich höre, es braucht ja ne Bombe. Ja, weil ich da nochmal so ne Armband dort gefunden hab. Ja, ich auch. Achso. Ich kann ja keine mehr nehmen. Ähm, Circuitport, Uhr. Uhr, Geld und ein Alkohol. Genau, danke schön. Hier braucht man eigentlich ne Heftbombe. Da ist ein Schädel schon. Oh, ich bin rübergekommen. Richtig nice. Ah, ich hab jetzt noch Baumhatz dran getan. Was ist das dann? Achso, ne Haftbombe, oder? Ja. Warte, geh mal weg. Ich hör dich kaum. Das ist so laut hier. Du musst ein bisschen lauter sprechen, sonst hör ich dich nicht. Alles klärchen. Sollen wir da mal rein? Ähm, naja. Sollen wir da mal rein in das Wasser? In welches Wasser? Achso, okay. Äh, ich weiß es nicht. Alter, der Wasserfall, sie sind echt kacke, die Wasserfälle. Da hört man uns nicht mehr. Ich hör dich noch ganz gut. Ne, da ist nichts besonderes. Außer, dass ich jetzt wahrscheinlich wieder friere. Deswegen habe ich ja auch dich reingeschickt. Jetzt geht's wieder. Ah, irgendwas ist doch da. Achso, da kommt man wieder woanders her. Äh, Baby. Alter, drei gleich. Drei gleich hinter dir auch noch. Warte, geht's denn überhaupt gar nicht mehr weiter? Doch, da geht's weiter. Doppel K. Wow. M-m-m-m-m-multi. Oh, das ist ein Zeichen. Was willst du sagen? Das noch mal, das war so herrlich. Wow, alter, hat der mich jetzt zersprungen. Oh, da ist noch einer. Und ein Baby auch noch. Alter, das ist in der Höhle, wenn ich da so kämpfe. Das hat echt seine Sprechen hier. Das leckt teilweise. Also da wäre jetzt ein Seil, wo wir hochgehen könnten. Wir könnten da jetzt weiter runter zum Wasser gehen oder hier hochgehen. Das ist jetzt so ein scheiß Generator, den wir dann wieder nicht. Geil! Ah, jetzt können wir da hochklettern. Oh mein Gott. Irgendwie, theoretisch. Ich friere. Ich auch. Achso, natürlich, ich muss hier erst ausrüsten. Oh mein Gott, wie geil. Wie pervers. Geil. Alter, es geht ganz schön schnell. Wo? Ja. Alter, was ist denn das für ein Profi, Mann? Da geht ja echt. Ich weiß nicht, wo ich hingehe, Mann. Kann ich gehen wir mal loslegen? Bisschen noch runter? Hey, kann es sein, dass es irgendwie gar nicht irgendwo hingeht? Ich gehe wieder runter. Das hat eben überhaupt keinen Sinn. Ah, warte, ich gehe hier hoch. Also ich bin hier. Den Seil ein bisschen folgen, ja. Muss man mich da nochmal eh drücken, oder? Ja, einfach... Ja, muss... Ja, auch da weiter rein. Wie stark ist denn die Waffe, ist die ja voll gut, Mann. Damage? Nicht. Speed. Speed haben wir gemerkt. Mann, hier gibt es so viele Sachen, wo man hingehen kann. Es hat uns mal geklettert, aber noch Zeit, wo man hochgehen kann. Äh. Das, da vorne ist zwei. Einer kommt jetzt nicht. Doch, er kommt. Ich friere... Oh, scheiße, es waren mehr als zwei. Uppala. 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 Du bist jetzt fast fliegen, vorher zu machen, oder? Wuppe, wenn du nicht. Uppala. 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 Da bringt es sich wirklich, glaube ich, ein Feuer zu machen. Mach schon mal ein Feuer, ich mach dir noch schnell klappen. Ja, ich bin schon dabei. Ich werde noch Lift 2-10 einsammeln. So. Du machst mir das Feuer, ach, da machst du es. Wir frieren ja eh, also passt es ja eh mit dem Feuer. Ja, ich friere auch gerade, das ist ganz gut, glaube ich. Mann, ich habe überhaupt keine Rüstung mehr. Ich auch nicht. Dann müssen wir uns aufteilen. Jeder zwei Körper. Und ich habe Hunger. Ich muss vielleicht noch was zum Essen drauf. Ja, genau, dann wenn die weg sind, dann machen wir erst mal so ein kleines Lägefeuerchen. Lägefeuerchen. Hast du diesmal auf die Uhr geguckt? Ich nicht. Doch, wir haben ja gerade eben wieder angef... Was heißt gerade an... Naja, 5 Minuten, sagen wir mal. Ja, ich glaube schon, irgendwie so, ne. Also 3 Viertel, sag mal einfach mal. Hast du dein Essen gleich drauf gehauen, ne, oder? Ne. Einerseits gefällt mir das, wenn so Höhlen nicht so linears sind, aber irgendwie auch wieder scheiße, weil man weiß, man kann nicht überall hin. Könnt schon, aber du musst halt alles doppelt und einfach ablaufen. Ach, ich kann keine Bones, mein Lieber, das ist nicht. Nix. Bitte. So, ich habe jetzt zwei Dinger geholt. Pass auf. Pass auf. Also... Füße ich mir Lister drauf. Ich werde ich dann vielleicht mal verspeisen. So. Hast du mir auch was drauf gehauen? Ne. Ich hast doch selber was dabei. Nein, ich hab was ja. Ich hab was ja. Ich hab was dabei. Ey. Ey. Du. 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 direkt in der Ecke von dem... echt nicht komisch ich glaub ich sehe nix das sind wieder Sticks ah ok da gehts jetzt wieder nach oben wollen wir mal kurz hochschauen wo man denn da rauskommt jetzt liegen sie hier nicht mehr Herzen sondern auch noch... was ist denn das? soll das ne Lunge sein? ist das echt ekelhaft hoch oder? ich mach mich kurz ein bissel absuchen, vielleicht liegt hier irgendwas aber die verstecken hier gerne mal Sachen, ist mir das aufgefallen ja direkt hoch oder? bist du schon da oben oder wie? ja ach so da kommen wir... ich glaube da kommen wir wieder oben raus oder? ja darum probier ich es grad ja da ist wieder Sternenhimmel ich schau mal kurz... also ich will noch nicht von der Höhle raus doch es ist Höhle draußen sind wir auch oben? aber wir sind ganz woanders ich weiß jetzt nicht wo wir sind aber ich glaube ich würde sagen wir gehen wieder runde oder? und schon bleiben in der Höhle ja boah jetzt hängt es wieder extrem ja wahrscheinlich weil es die Riesenhöhle lädt ja ja weil wir auch ja so lang es nicht abkackt ist eigentlich gut oder? ich war wundere, dass er seine Hände nicht verbrennt ne? mit dem Seil aus der Hunde ja mei ach jetzt hat es nicht wieder alles gelau... oh Gott ja hast du jetzt ist alles neu da oder wie? und die Küste ist weg interessant aber der macht das mit einem Arm ne? der macht alles mit einem Arm der selbst wenn ein Seil hochklettert macht er das mit einem Arm ne ne bei mir macht das nur zwei Arm wenn nicht wenn du das Feuerzeug in der Hand hast ne dann nicht oh bitte ist jetzt nicht die ganzen Gegner wieder respawnt das wäre natürlich scheiße ne? das haben sie angeblich doch die ganzen die ganzen Snacks sind wieder da ja ja ich muss mal was trinken aber angeblich haben die äh das war mal in einem Bug fixes das haben sie glaube ich mal ne ich ess einfach mal was auch wenn ich eigentlich total voll bin dass die ähm also hab ich zumindest gelesen dass die ähm ja dann passt das ja die Höhlen die du schon ausgeräuchert hast dass die nicht wieder respawn dort passt angeblich haben sie das gefixt gehabt leid ich friere irgendwie nein ob uns der Lagerfeuer noch da war? das war cool natürlich muss es da sein ja das ist da cool warte ich mach mal kurz an da kann ich mein Wasser kochen würde ich trinken ah ja genau das hätte ich vielleicht auch machen können naja Wurst aber ich habe Durst äh Quip und C ja was machen wir denn? äh wenn wir jetzt unten sind wollen wir dann das Seil hochklettern oder wollen wir dann da Höhle weiter erforschen weil da war ja nochmal ein Seil da unten ich würd fast in Richtung runter gehen irgendwie so dass es nach unten geht ah ok aber damit warte ich geh mal ganz kurz das Seil hoch um zu sehen ob da nur oben was zum finden ist oder ob das dann hier weiter geht ok das können wir machen mal kurz hoch gucken ja und dann halt das Wasser kochen dauert echt ewig na jetzt gehts ach jetzt halt ja dinkers sehr gut sehr schön dann weiter gehts also geil die also dass man hier klettern kann ist geil nein was das kanns doch nicht sein ja ich bin zu weit nach rechts geklettern und hatte automatisch losgelassen ich bin runter gefallen bist du tot? ne ich hab noch überlebt aber ein bisschen rüstung ist weg egal solange ich nicht tot bin ist alles gut gut da ist das ja aber das ist echt ekelhaft weil du ist ich finde es voll schwer zu klettern weil du einfach keine Übersicht hast es ist echt schwierig ja und dann bist du einmal zu weit nach rechts und dann war es vorbei dann bin ich runter geflogen ähm ich seh nichts 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 hier ist ein nachher sind die so holzwände ah da findet man vielleicht was hä waren die vorher auch schon da? das ist wie das seil ah das da kann man was finden ahja haben wir das vorhin übersehen oder wie? ach wieder so ein ding mit dem x ja mit kann man da vielleicht was finden oder so? ein schatz ist da vergraben ja ich weiß nicht ich geh mal das seil jetzt an na das geht's nicht wie weit nach oben ich weiß nicht ja weit nach oben jetzt nicht gerade ne oder warum ja probieren wir es aber ganz was nur ungefähr den weg wieder zurück wissen ja geht noch ein seil nach oben ja wahrscheinlich geht es da jetzt komplett raus oder? ne ja geht mach doch nicht an mach das scheiß licht an ähm okay ach kann man weg springen hier ne oder? ich hörs schon wieder ich auch kann man hier nicht? ich hab da kein symbol dass man das weg springen kann ich auch nicht aber ich kann so bedenken es sieht so aus und ich hör Gegner dahinter ja naja machen wirs lieber nicht nicht wir können das uns ja merken oder? ja gut dann gehen wir erstmal wieder runter ja wär ich auch dafür erstmal tiefer runter gehen da jetzt es interessiert mich jetzt ob wir da vielleicht doch schon mal waren bei dem wasserfall ja halt wo gehts lang ach ne das ist das Buch da noch ach Gott alter mit dem Feuerzeug sieht man halt wirklich fast gar nichts teilweise nichts ne das stimmt und rum gehts aber wie einfach bei jedem abgangsgrund sei das ne? mhm das ist doch schön praktisch danke ja ich frag mich nur wirklich wer das alles gemacht hat ne so wollen wir eigentlich mal irgendwann mal speichern oder? das wär eigentlich meine wenn ja vielleicht findet man da unten äh zelt oder so ja wenn da einer runter fliegt von uns ne und der andere kann ihn dann nicht wieder leben weil er nicht runterkommt oder so da gehts da gehts da gehts ganz schön weit runter das passt schon guck jetzt um den sicher ist doch schön und nen snack jäh äh ne hier waren wir nicht bei dem wasserfall weil hier gehts ja gar nicht weiter hä hä da hinten ist eine Seite doch da kommt kommen wir da hinten wieder hoch? ist das woanders? ich weiss das gerade gar nicht ne das ist der Vorsprung den wir gemacht haben ich jetzt verstehe ich da sind wir drüber gesprungen da hinten ok da wären wir auch da rüber gekommen hier runter gekommen interessant gut zu wissen äh ist mir hier unten da würde hier aber wahrscheinlich müssen wir tauchen jetzt ja ja wahrscheinlich ich zieh das Ding schonmal an oder wollen wir erst speichern hier oder Ding bauen ja vielleicht speichern wir vielleicht ja vielleicht warte ich baus schnell ja tu es uah du hast das nicht verstanden ja ich hab's wieder reingebaus ich wollte grad sagen du hast nicht verstanden wie das Ding obwohl hier ging es hier könnte man sich hier so schön reinlegen hier so ja also hier gehts so einmal so speichern ich überleg grad ob ich im zweiten äh und vielleicht machen sollte achso falls irgendwas mal irgendwo kaputt geht oder so ob ich immer zwei gleichzeitig speichern sollte ja ich weiß was du meinst na ich mach's einfach mal so dann auf ins kalte Nass also erstmal ausrüsten da 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 so da gehts nicht weiter ach du scheiße ach da unten gehts weiter ja genau da ist noch ein Seil ja aber das ist das was nach dem ging da lügt irgendwas ach das ist eine Medizin oh ich geh mal ganz kurz hoch hä warum oder wo ist denn das das ist dort der Vorsprung wo wir drüber gesprungen sind sicher? ja ja ah ja da sind wir drüber gesprungen das ist der Vorsprung da ok da sind wir drüber gejumpt hab ich doch vorhin schon gesagt da ist ja einmal Medizin das kann ich mitnehmen wie es ausschaut wie es ausschaut gehts hier nicht weiter doch das kann doch nicht sein ich seh hier nichts vielleicht da hinten ne ich seh hier nichts ne ich seh hier nichts ey das kanns doch nicht sein jetzt echt das ist alles das kann ich mir nicht vorstellen ich glaub wir sind einfach zu dämlich niemals alter damit kann ich mich nicht zufrieden stellen ha das gibt's doch nicht ne gehts echt nicht weiter ach ich hab schon wieder vergessen auf die Uhr zu schauen hast du auf die Uhr geschaut? ähm ich glaub ich hab's es geht weiter I'm coming alter das ist voll creepy weil ich ja eigentlich voll nach oben gehe aber irgendwie ach das ist nicht im Wasser sondern das ist so ein Spalt ok ja der ist aber echt voll versteckt hier bisschen schon ja das sieht man gar nicht voll red hier das es so hoch geht gehts doch nicht hoch doch hier gehts weiter lol ernst interessant jawohl 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 ne hier ist das Ende jetzt mich halt stark gewundert dinge ich kann ein bisschen hoch gehen ja erwischt komisch ja volles loch da oben ich dachte vielleicht schon die ja ich hätte das sein können ja hier ist Ende oder mehr schade ich jetzt auch nur noch nicht ein bisschen wozu kommt man ein Boot kann man hier runter gehen nein ja bloß nein ja bloß boah ist okay es ist wirklich laut was davon aber was ich gerade so sehe warte bist da oben schau mal von da oben da ja ich brauche mal eine Flair equip ist da ein Eingang? Höheneingang? ne oder? da wo die Flair liegt welche Flair? alter was ist mir kitzig die Flair die nicht geworfen hat ich sehe von hier oben keine Flair ne gut man kommt hier nichts äh hoch das kann doch nicht alles sein hier unten und weiß riesen Loch hier und Vollhammer und Wahnsinn dann kommst du hier nicht weiter oder wie? kann ich mir nicht vorstellen kann ich mir nicht vorstellen oh shit bisschen blöd angestellt hm hier sind Fische noch drum schade 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 hm wir sind enttäuscht jetzt da gut dann gehen wir wieder hoch und nutzen das andere Saal würde ich sagen oder? ja bisschen enttäuscht bin ich jetzt schon ein bisschen von der Grube hier ja ich hätte eigentlich irgendwas cooles dass man es findet oder so wenigstens irgendwas mit der Story oder sowas halt zum Bild oder so ja naja 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 dann hol die nichts ich bin enttäuscht du enttäuscht ja gut wir müssten glaube ich die Folge mal beenden ja ich habe leider nicht auf die Uhr geschaut ich ja jetzt aber mindestens 20 Minuten haben wir schon denke ich hier wieder am Seil wieder wunderbar ja genau dann direkt danke fürs zuschauen bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Folge ciao